This is your brain on drugs Ich will mich den ungern im Bedroom-Gym Lass uns mal lieber Cash gehen Loll, zufall Man hat ja nur 3 Sekunden Zeit das zu machen Ich muss gerade Muchachos Ich hab mir für Asami den G2 eSports hingeholt Von 2023 sogar Von diesem Jahr, exakt und menschen Geht es glaube ich sogar Heute sogar los mit den Atlanta Major Ich glaube das ist heute Oh ne, zum Supporten für G2 50% der Einnahmen gehen ja ans Team Hab ich mir das G2 Bundle geholt für Asami Aber hä, das stand auch dran, dass ich es Ausgerüstet habe, aber Marvin, hab ich diesen geilen Anzug an? Warte Ist da Elo-Bremse? In dem roten Hemd? Ne, hast du nicht Hab ich nicht, oder? Ne, hast du nicht War auf der Waffe auch nicht ausgerüstet, obwohl er als ich gekauft habe Mit dem Scheiß Direkt im Shop dran stand, dass es ausgerüstet habe alles Ist natürlich nicht sicher Jetzt fühle ich mich aber ein bisschen verarscht Ist mir so einen geilen Lachs holer alter, dass du extra picke und dann Ist es einfach nicht ausgerüstet Es ist wirklich ein bisschen random Leute sie kommen gleich schon irgendwo Naja Need help Oh da ist gerade was ge... Gebreached, wahrscheinlich in der Garage Was auch wegen dem Fenster, ne? Ja Ich glaub die kommen von unten Da war eine Kali Lol Oh Löris Oh Löris Oh Löris Oh Löris Ja, es geht da auf der Bums geht auf Linke Seite Ok Ich schaff's nicht Konnten wir dich nicht supporten mit Löris Von unten Nein, Diana hat mich, aber ich habe Diana. Nicht tot, Ash ist drin, Ash inside, 1 HP. Nein! 1 HP hatte sie! Auf Redstas, 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 Ash. Already im Spot. Okay, die erste Runde haben wir richtig hart verpackt. Deko, du hättest sie so ankitzeln müssen, ey. Ich habe sie nicht gesehen. Sie war bei mir aber auch Insta auf dem Kopf drauf. Das war gestört, ey. Krasse Runde. Schade, okay. Ich hätte irgendwie Support gebraucht. Wie konnte die da so was pushen? Ich habe ja gesagt, Redstas ist keiner. Hatte mich direkt weg gehadert. Ich habe sie auf 1% runter geschossen und dann, ja. Lass uns gerne nochmal dorthin gehen. Und diesmal machen wir, glaube ich, den klassischen Aufbau. Es hat auch alles, es war irgendwie nicht gut. Niemand konnte irgendwie... Ich unterstütze dich jetzt mit Mute. Das ist gut, ja. Dann kam die eine Ladung rein und dann kam die nächste Ladung rein. Ich so, Bro, was soll ich machen? Und dann bomben die da... Ernsthaft? Warum verkackt ihr gegen die, Alter? Ja. Du hast nur... Also, du hättest sie ja wirklich noch angegriffen müssen. Ey, ich habe... Ich habe... Ich habe einen Kill gemacht vorher schon. Ich habe mir Yara gewischt. Ja, aber wichtig war ja... Und dann bin ich gerade am Nachladen, komme in den Cash-Schum rein, Alter, und bekomme einen Headshot von der Ash. Warum ist denn eine Kamera? Danke. Ja, die hatten gute Sehen. Hier ist auch noch eine Kamera. Also, ich habe meine Aufgaben hier erfüllt gehabt. Ich sage das einfach mal... Nix. Ja, von Reste jetzt einmal rein pushen. Ja, ich habe einen FPS. Wow. Jetzt der ist. Jetzt der ist. Ich würde dann jetzt... Richtung Gym gehen, glaube ich. Ja, ich kann nichts mehr machen. Entschuldigung. Hast du jetzt einen Lauf? Ich brauche immer noch ein Schussloch hier. In der Wand. So? Echt das? Äh... Dein Bündchen... Dein Ding ist tot, ne? Was ist tot? Äh... Ja... Das Ding von Marvin. Wie viel hat Kalle? Zwei, ne? Ja... Drei, glaube ich, sogar. Bin ich sicher. Jetzt haben sie noch EMPs. Komm, du machst das, Nuggi! Ashes, äh... Ashes, äh... Storich, Link. Gute, dass sie unten ist. Ashes, Scorch? Gute. 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 Gute, Leute. Ashes, downstairs. Bar. Gute. Nico, passt du red auf? Keiner ist Garage von uns. Ashes, Ashes und Bar. Äh, Ashes und Bar. Ashes, Ashes und Bar. Should be fishing up. Ashes, go in Bedroom Hallway. Ashes, go in Bedroom Hallway. Ashes, go in Bedroom Hallway. Dann geh zurück nach Garage. We can try and see for him. He's watching the window at the corner. Oohh, really close, really fucking close. Yes, man. Yeah, ride stairs! Ashes und ... Ashes, we're at the stairs. Ashes, we're at the stairs. Okay, da wird immer noch auf mich geschossen, Red. Oben in Garage. Nein, sie hat zu mir gehofft, Marvin. Beide auf B, beide auf B. Erst kommt jetzt Red, Rotation. Planted, unter B. Schön. Planted, hat geplantet, kommt rüber zu dir. Oh, fuck, Alter. Ich hätte C4 entwerfen sollen. Oh, shit, ey. Einfach, ich habe zu lange da... Ah, er hat sogar mit dem krassen Visier sofort drauf, ey. Shit. Ja, ich hätte C4 werfen sollen. War nicht überlegt. Gehen wir nach... 0,2, ey. Richtig unnötig. Die beiden Runden, ey. Oh. Na, jetzt gehen wir nach unten. Okay. Digga, die sind gar nicht so gut, ne? Nur die Ash hat am Ende einfach noch diese... Beide da umgebracht, das war richtig scheiße, ey. Ficken, ey. Die SMG vom Mute ist nach wie vor so lala. Ich kann damit nicht ganz gut umgehen. Deswegen muss ich immer eigentlich so in Close-Kampf gehen. Mit der Schoddy. Hm. Einfach so ein bisschen... ...falsch am Platz, sag ich, zum Construction. Ich habe nur gehört, dass irgendwie Ash am Rotieren ist. Und deswegen dachte ich, ich push sie gleich Construction. Und dann war sie doch schon Red. Und dann konnte ich da nicht mehr hin pushen, weil sie das im Auge hatte. Ich habe auch gehört. Garbage Garbage, ja Fuck, ist auch garbage Oben Die haben Dirt gebreached Die Füße liegt draußen Die Füße liegt draußen Älterer Ich habe es zweimal Nein, hinter mir Bar, 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 Lobby Dorka ist hacking My mobile phone Cut Wie schnell die mich hatte Dorka has got cams Marvin, kannst du meine Steadycam halten Dass ich nicht von Garbage gepusht werde Von Garbage ist unten einer Boah Scheiße Yes, Mann Deko, ich gucke in den Hallway zu Garbage Gucke ich Deswegen, die haben alle Cams, ne Da müsst ihr aufpassen Hab mich extra zur Seite gedreht Dass man Deko nicht sieht Ja, hab ich auch Er ist immer noch bei den Okay, er ist immer noch draußen bei der Tür Schön Okay, ich sehe nichts mehr Kann sein, dass er jetzt pusht Da auch nichts mehr Er schießt gegen Na ey, wenn ich nachlade schon wieder, Alter Ja, ich sag ja, die pusht richtig gut Blue, ja Ash in blue Hat er, hat er, hat er, hat er, so schön Nice, edge down Last one Der drohnt gerade Kitchen is clear Der verschickte Eisen Oh, Junge Hat er ihn auch schon lange, schon lange gesehen, Alter Guck mal Alter, also die Verteidigung war jetzt bei mir mehr als Schwanz, ey Zack Alter Schwede, ey Oh, der hat ein gutes Aim, ey Cool Ja, ich bin stolz gerade auf meinen Headshot auf Iana Aber dass ich dann die scheiß Kamera zerschieße, nachlade Und genau in der Sekunde, wo ich nachlade, pusht mich die Ash, ne, ey Äh, Haupttor Nomad erstmal nehmen, wobei Ich nehm mal hier Twitch Gridlock Haben Breach Wir haben Kali Wir haben Gridlock mit EMPs oder ohne? Erstmal ohne, weil wir ja Kali haben, ne Okay, Termite haben wir So Okay, perfekt So, 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 so Ja, wir haben natürlich eigentlich Monty geil, ne Um die da runter zu pushen Ich könnte mit Termite Ich könnte auch die Garage Wand breachen mit Termite Wenn ich die erste Wand hier oben aufhabe Warum macht ihr den Ah, okay Hat er irgendwas zerstört? Ja, ne Wieso? So, so Active? Ja Irgendwann haben wir uns Beides wieder weg Warte mal Guck mal, dass ich mit meinen Twitch Drohnen zu dir kommen kann Okay, eine ist zerstört Warte Zweite ist zerstört Ich hab nur noch eine Ladung Mach, 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 mach Er ist weg, er ist weg, er ist weg, er ist weg Digger Ich dachte ich hätte ihn Oh Sehr schön Asami ist weg Das ist der Bander growing around in der Garage Ich bin in der Garage Ich bin in der Garage Dann sichert Red ab und hinten durch Dann Smoke Vielleicht ist einer noch unten mit C4 Ne, ah, okay Wo ist der? Du läufst jetzt einmal rum Sieht gerade noch gut aus Seht da nichts Halt doch, jetzt hier, Deko Deko und Ping Deko hier, hier und Ping Hier, hier und Ping Hier Unten, hier Unten, hier Hier, hier Hier, hier Und der geht sich sehr hoch Oh, los, Alter Ich hab doch die ganze Zeit gepinkt, Brudi Ja, aber der, der Ping war oben Hä? Lol Hä? Lol, der war ja richtig weit oben Deswegen so, unten, unten Ich so, hä, der Ping ist irgendwie oben auf dem Balkon Alter Gute, dass das noch funktioniert hat Ja, ja, ja Dig, ich hab mit Gridlocker alles ausgestanzt, ey Boah Ich komm mit der Waffe leider nicht ganz so gut klar Ey F90 Füßt meine Eier Ich hab Lesion gekillt Und Asami Asami auf dem Balkon auch noch, ja Haben die gepiekt? Einfach einmal, einmal hin Ja, sie hat gerade gepiekt Aber ich hab einfach nur schon pre-fired hingesprayt Und glücklicherweise hat sie genau in der Sekunde gepiekt Aber gut, dass wir den Breach auch bekommen haben, Alter, ey, Junge Ja, Breach mit, äh, mit Twitch war wichtig Ja Karl, die hat ja die ersten beiden Penettinger wegbekommen Deswegen wusste ich, dass du zwei Stück zerstört hattest Dass ich jetzt go'n kann Ach, deswegen ist er auch weggelaufen, nachdem ich beide zerstört habe, ah Ja Hat er keine mehr Interessant Boah Okay, aber so, ne Also einfach locker war das jetzt auch nicht Oh, sind sie nicht da? Sind sie? Äh, da ist man Salz Oder was? Ja, die schon Ne, sie müssen Ja, Jäger Die sind unten Oh, okay Hier, dann kriege ich die Bahnen Hm, äh, wen soll ich da nehmen? Ja Hash ist weg Okay Ich könnte Oath annehmen Ja Oh, oh Mit EMPs, damit ich im Notfall dir helfen kann, Diko Oh, yeah Ja Crowlen sie, mein Harri-Gun Nussi Hey Soll, wo spawn ich, Alter? Bin auch vollkommen falsch gespawnden Ich bin auch vollkommen falsch gespawnden Okay, sie haben Kackern, ne? War ein Injured War ein Injured, sagt er, oder? Nein, das ist glaube ich Strip Drawncord Strip Irgendwo bei Strip ist einer auf der Ecke, ja War das der? Kapkarn Strip Club Kapkarn Strip Club Angeschossen, angeschossen Kapkarn angeschossen Ja, ist weglaufen Ash ist afkar Na, man sind laut Jeebis, haben uns Böschner 1 Er ist auf, er ist wieder auf die Stairs Ich weiß nicht, ob er abgehauen ist Also, ob er hoch oder runter ist Äh, park in this window Ne, go on construction Ja Waschereien Scheiße, ich will eigentlich einmal zur Kitchen rüber Ja, ich bin Aber es klingelt, ich höre hier irgendwas Oh, ja Kapkarn Camps Weiß nicht, was über mir war Oder ob das hier neben mir war War das vielleicht Richtung Strip noch? Schau mal kurz nach Strip Dankeschön Ne, es war irgendwo Richtung Garage Richtung Garage? Okay Aber könnte Garage unten halt gewesen sein Oder vielleicht auch Garage oben Ich sehe hier nichts in Strip Hättest du mal so langsam in Hier aufmachen, Brodi? Irgendwo? Was ist mit hier? In Bar? Ja? In Bar? Aber jetzt erstmal Kitchen werfen Kitchen Hedge Open Kitchen Hedge Open Okay, ich glaube Bar haben wir auch relativ gut eingenommen Dann pushe ich jetzt weiter unten Ja, Bar komme ich jetzt Nein, 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 nein Ah, Lobby Da war irgendwo einer Zahn Nein, Armoni hat mich unten Wir waren im Esszimmer Wo war sie? Das war sie Ich gehe kurz in die Cam Coolen Neue Time, Neue Time Oh hier ist noch was 25 Sekunden Mainz ist es, Mainz ist es Wir müssen pushen Nein In blue, in blue, in blue Die Hypen Mira Kitchen Musst du planen, ne? Ja, ja Ja, ja, ja Er schafft es In blue, in blue, in blue Pass auf Kitsch Oster, pass auf Oh, Brodi Er kommt, er kommt Noch einer Zwei down Hier Nice Schön? Im Flur war er vom Flur Mainz ist Mainz Church, 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 Church Ja, ist ein Church Ja, Alter Geiles Ding, Alter Sehr gut Zogen Glück, Alter Meine Fresse Das war mehr als knapp, ey Heidewitz, geil Hab doch gut gespielt Können wir eiskalt ein Matchball machen, ne? Ja Da können wir jetzt ein Matchball draus ballern Digga, ich habe richtig scheiße gespielt Obergeil Ja, ich habe diese Runde leider keinen gesehen Bis zum Ende, wo ich tot war, auf einmal Ich werde Monty nehmen Und wenn sie wieder nach unten gehen, werde ich wieder Außer nehmen Weil dieses nach vorne pushen mit Außer Ist schon ziemlich geil, ey Ich fühle mich richtig sicher Wie so ein besserer Blitz eigentlich Die Kills sind gut verteilt Bei uns und beim Gegnerteam Das hört sich nach oben an Bisher habe ich leider nicht mit Skill geglänzt Ne, oben ist wieder frei Echt jetzt? Ja, also Also Bedroom meine ich jetzt, ne? Achso Ich habe jetzt, äh, nur Cash geschaut Gym können die natürlich sein Gym Bedroom, ne? Ja, sie sind Gym Bedroom Ja, sie sind Gym Bedroom Das höre ich schon Wir machen Stacheldraht Gym Bedroom Dann Nehme ich Außer Oder die faken Ne, okay, haben sie Chipping Dock Ich habe wieder Termite, aber wir haben nichts mit EMP oder so, ne? Ach, wir haben Außer EMP oder so, ne? Ach, wir haben Außer EMP oder so, ne? Ich habe, äh Dingsbomst He's gone on the right side, I'm fighting Maybe Swampick on main entrance Be careful Unser Team Let's messen, dass der immer Calls gibt hier Ist das der Mononoke? Oh, nein! Oh Monosuke Alter, 43 Diese Chobo Die suchen sich auch immer einen neuen Spot, Alter So, Cam weg Okay, Lawrence, ich komme aus Wir machen bestimmt Active, jemand muss sich hier ans Fenster stellen Falls sie Active spielen Macht das irgendwo? Da, hier ist keiner Ist da keiner? Dann mach auf die Scheiße Wir haben Mira Fenster hier, ne? Ja Ich stelle, ich gehe da schon mal hin Ich versuche das Mira Fenster aufzumachen, Leute Mira Fenster ist offen Sehr schön Das ist nice Da war auch Mira hinter Ich bin schon noch Construction Entweder ist, warte mal Fangen wir kurz mit Kamera rein Construction Construction Aruni ist in Construction Aruni ist in Construction Schön Good Job Sehr schön Soll ich pushen mit Mira behind Mira Windows Ich könnte Also Mira ist dahinter Okay, dann Ich würde jetzt gerne pushen Deko, kannst du hier auch noch aufmachen? Die Hedge? Ne, ich habe keinen Breach mehr Hast du, kannst du Duka, Duka Open, bitte Kannst du hier vielleicht Dronen? Pass auf, da ist ein Loch rechts Okay, einer ist links Hier Aruni ist hier Garry Garry für CC Server ist einer Ja Okay, einer ist Server Einer ist auf A Server A Weg von mir Aruni ist da immer noch bei A Direkt an der Tür Leute, wir müssen Ich weiß nicht Was ihr gerade macht Ich mach gerade gar nichts Push mal ein bisschen Ich weiß nicht wo ich lang soll Wo ich hin soll Pass auf, rechts ist aber auch noch Ich glaube ich geh zurück zum Breach Und push von da So ich rein hopsen? Aruni ist tot Sehr schön, sehr schön Das wollten wir Einer auf der Seite Einer auf der Seite Einer auf der Seite Einer auf der Seite Lass ist in der Bathroom Twitch, Twitch auf der Seite Auf der Schraube Da ist eine andere Schraube auf der Seite Push hier Push hier Doch von hinten, Dicke ich hab dich gerade umgerät Pass auf Wir rass tot, wir rass tot Von hinten, von hinten Von hinten, hinten Plente, Plente Plente, Plente Los, Dicke Plente Ich plente, kill ihn wenn er kommt Halt da ein Jo, haben wir Ja Alte Dave Boy Ich hab noch gehört, dass Irgendwann meinte, Server wär einer Aber ich dachte, der wird doch Nicht mehr da sein Und dann hab ich mich gerade umgedreht Und dann wurde ich richtig Hart genudelt Nice Hab die gut gespielt Für mich leider eine komplette Nullrunde Ey Für mich war es am Ende gerade Der hat schon auf mich geschossen Für mich war es nur so Platten Und dann hoffen, dass wenn der Wenn der piekt und den Platter killen will Das Nuggien kriegt Puh Schön Hast du hier passiert Zwei mal Vaelor auf unsere Mates Honor for Honor Guys Denk ich bin einzig gewonnen Irgendwas Du fragst jedes Mal nach Honor for Honor Guys Aber immerhin Glühbirne Für mich geil Danke Das war eine Runde auf jeden Fall Muchachos Das war sehr sweet Am Anfang sah es da wirklich echt finster aus Für uns und haben wir echt eiskalt Drei Runden am Stück gewonnen Sexy Ne vier Runden am Stück sogar Ballert die Daumen nach oben Wenn es euch gefallen hat Wir freuen uns natürlich sehr Muchachos Der YouTuber gibt uns auch Einfach interagieren mit den Videos Daumen nach oben Ballern Kommentar reinschreiben Küsse geht raus Bis zum nächsten Mal eingehauen Ciao Bye Bye ax bon Nein Hör' dochf New Rundzuwacken Hast mabbar rein oder was M enhancing Digga, wo bist du? Der im Arsch, Alter, ganz tief drinnen. Uh! Hallo!